Hi, ich bin Mutter, Kölnerin und arbeite als freiberufliche Therapeutin. Heute möchte ich tatsächlich über was ganz anderes sprechen als sonst, nämlich über die Landtagswahl am 15.05. Ich habe privat und beruflich ganz klar eine feministische Haltung, und zwar eine intersektionale feministische Haltung. Für mich ist beides nicht mehr trennbar, und deswegen ist es mir auch tatsächlich umso wichtiger, mich mit einer Partei zu identifizieren, die genau diese Themen zur Intersektionalität abdeckt. Und das tut die Urbaner. Die Urbaner ist eine junge Partei, eine dynamische Partei, eine aktive Partei. Eine Partei, finde ich, die Dinge anspricht, die angesprochen werden sollen. Und ja, ist für mich die Antwort darauf, die Stimme zu erheben und zu versuchen, dass sich wirklich in der Gesellschaft etwas verändert. Deswegen schaut euch die Urbaner an, schaut euch an, was die anbieten und was die machen. Und dann geht am 15.05. wählen und macht euer Kreuz an der richtigen Stelle. L-G-B-T-Q-I-A-P-L-S-B-I-P-U-C We are you, you and me Bees and Doe, Bees and Doe Ja, ja, ja.